Es geht ein seltsames Gerücht um, in der ganzen Nachbarschaft. Man sagt, es gäbe Eindringlinge, die sich heimlich in die Wohnungen fremder Leute schleichen und dort verstecken. Glauben Sie, ihm könnte etwas zugestoßen sein? Ach nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Mein Bruder wohnt in diesem Wohnblock. In welcher Wohnung? In Nummer 317. Raus hier! Verlass sofort meine Wohnung! Sag einem Bruder, wer soll meine Tochter nicht immer so anstarren? Ein Mann, eine Frau, zwei Kinder. Wohnung 317. Ein Mann. Und wer noch? Lieber Vater, ich bin doch kein Geist, ich bin lebendig. Der Selbstmachstugbräuer. Ja! Abschied. Wer bist du? Aaaaaaah! Aaaaaaah! Das ist ein bisschen! Fuckin' du auf! Ist doch nicht, ist doch nicht.